Was ist Prospektiv sucht neue Mitarbeiter? Prospektiv sucht neue Mitarbeiter. Wir sind eine innovative Firma im Bereich Recruiting Solutions. Wir greifen aktuelle Trends im Recruiting auf und bieten unseren Kunden Lösungen dazu. Mit unserem Jobcenter, das wir selbst entwickelt haben, haben unsere Kunden die Möglichkeit, sämtliche Medienkanäle zu bedienen. Segen das Printstellenmarkt, klassische Online-Plattformen, die eigene Webseite, Social Media bis hin zum Mobilen. Auch im Personalmarketing unterstützen wir unsere Auftraggeber, damit sie vom Arbeitsmarkt als attraktive Arbeitgeber wahrgenommen werden. Ich suche innovative und motivierte Mitarbeiter, die etwas bewegen wollen. Selbstständigkeit wird bei uns grossgeschrieben. Weil wir uns stetig weiterentwickeln, braucht es auch gewisse Flexibilität. Obwohl wir alle zum Teil viel arbeiten, ist es mir wichtig, dass alle Spass haben und Arbeit. Denn nur mit Spass können wir erfolgreich sein und uns weiterentwickeln. Wir bieten Ihnen ein spannendes und familiäres Umfeld an, wo Sie Ihre Ideen verwirklichen können. Wir pflegen den kollegialen und lockeren Umgang untereinander und haben flache Hierarchien. Mit modernen Arbeitsplätzen sind wir sicher auch für Sie einen attraktiven Arbeitgeber. Ich würde mich über Ihre Bewerbung freuen. Machen Sie die ersten Schritte auf uns zu. Sie finden uns übrigens auch auf Facebook, Gsinn, Twitter, Google Plus etc. Wenn Sie mehr über das Recruiting wissen wollen und die neuen Möglichkeiten, die es dort gibt, gehen Sie auf blog.prospektiv.ch. . Vielen Dank.